Moos. Flechten. Algen. Nicht mit uns. Mit unseren im Transporter fest installierten Hochleistungsmaschinen bringen wir 400 Liter Wasser mit zu Ihnen. Wir reinigen und imprägnieren Ihre Fläche innerhalb von einem Tag, die dann jahrelang wie neu aussieht. Dabei nutzen wir einen Druck von bis zu 500 Bar und 80 bis 100 Grad heißem Wasser. Das Höchstmaß an Qualität und Effektivität erzielen wir mit unserer selbst konzipierten Reinigungshaube. Durch die stetige Absaugung des Nutzwassers verhindern wir Verunreinigung an Ihren Türen und Wänden. Selbstverständlich reinigen wir auch alle Borde und Kanten akkurat und befreien alle Fugen komplett von Moos und anderen Ablagerungen. Mit dem eigens für uns hergestellten biologisch abbaubaren Algezid behandeln wir die gereinigten Flächen, um nicht sichtbare kleinstorganische Stoffe zu entfernen. Dieser Vorgang schafft die perfekte Voraussetzung für unsere Imprägnierung. Der nächste Schritt ist die Verdichtung Ihrer Fugen. Dabei stehen Ihnen zwei Varianten zur Auswahl. Die kostengünstigere, lose Fuge bestehen bei uns aus Quarzsand bzw. Splitt oder der festen Zwei-Komponenten-Fuge. Damit Ihre Steine jahrelang wie neu aussehen, tragen wir eine spezielle Nano-Imprägnierung auf. Diese schließt die Poren der Oberfläche und zieht bis zu einem Zentimeter in den Steinen ein. Durch unsere langjährige Erfahrung mit diesem Produkt können wir Ihnen den Schutz gegen Feuchtigkeit von innen nach außen als Langzeiteffekt garantieren. Am Ende des Tages strahlen Ihre Flächen wie neu. Mit dem entscheidenden Unterschied, Sie haben Geld gespart und eine zusätzliche Wertsteigerung erlangt. Lassen Sie sich vom Vorher-Nachher-Effekt überzeugen und rufen Sie gleich unseren regionalen Experten an. Dieser wird mit Ihnen einen kostenlosen Probeflächentermin mit anschließendem Aufmaß vereinbaren. Die Steinreiniger. Pflaster- und Natursteinreinigung vom Probe.